Hallo, mein Name ist Marco und ich bin Clubleiter bei GetFit. Heute werde ich euch eine der vielen Trainingsmöglichkeiten im Studio zeigen. Ausdauertraining dient nicht nur zum Aufwärmen von einem Krafttraining, sondern fördert auch die Fettverbrennung und hilft beim Aufbau der Kondition. Damit das ganze Cardiotraining nicht langweilig wird, haben alle unsere Geräte ein Entertainment-Paket, angefangen von HD-Fernsehsendern, Internet und auch Netflix. In unserem Cardiopark befinden sich sowohl Laufbänder, Stepper, Crosstrainer, Rudermaschinen und sogar auch noch Spinning-Fahrräder und den weltbekannten Stairmaster. Also komm in Bewegung und vereinbare heute noch ein kostenloses Probetraining mit einem Trainer.